Unser kleiner Bär im Zoo Ein Kind aus, das den zweiten Bären spielen darf. Dieses Kind legt sich wiederum auf den Boden und schläft. Wenn der kleine Bär erwacht, steht er auf und stampft und stampft und stampft und stampft. Alle anderen Kinder stampfen wieder mit. Der dritte Bär wird ausgesucht. Er legt sich auch auf den Boden und schläft. Wenn der Bär erwacht, dann sehen wir, was er macht. Er tanzt und tanzt und tanzt und tanzt. Und dann wird nochmal kräftig gestampft und gehüpft. Und alle Kinder machen fleißig mit.